Wir haben hier auf der Rheinau eine Sonderausstellung zu Bio-Baumwolle organisiert und das Ziel dieser Ausstellung ist, dass wir eigentlich ein Bewusstsein kreieren wollen, wo unsere Textilien herkommen, wie die produziert werden. Das Thema Baumwolle hat mich schon immer beschäftigt. Die Thematik an und für sich ist mir bekannt gewesen, aber wenn man dann die Bilderausstellung noch einmal anschaut, wird einem eigentlich immer wieder bewusst, wie dringlich das Thema eigentlich ist, dass der Konsument wirklich gefragt ist in diesen Fragen. Die Baumwolle ist eine sehr wasser- und pestizidintensive Pflanze und wir arbeiten seit mehreren Jahren daran, die nachhaltiger zu produzieren und möchten zeigen, wie man eben Baumwolle bio und fair vom Saatgut bis zum T-Shirt produzieren kann. Ursprünglich ist es gewesen, dass die Universitäten und die staatlichen Institute in Indien das Baumwollsaatgut gezüchtet haben und in 2002 wurde dann die gentechnisch veränderte Baumwolle eingeführt. Und das Ziel von der gentechnisch veränderten Baumwolle war, dass man die Pflanze schützen wollte gegen den Baumwollkapselbohrer und deshalb hat man ein Gen eingebaut, dass die Pflanze selbst ein Gift produziert und der Kapselbohrer daran stirbt. 2012 war eigentlich schon 90% BT-Saatgut und aufgrund dessen ist eigentlich alles andere Saatgut uninteressant gewesen und man hat aufgehört, das zu züchten und das hat auch niemand mehr die Saatgutvermehrung gemacht. Als wir in 2002 die GVO in Indien überhand genommen haben, sind wir in fürchterliche Probleme gekommen, weil wir gar keine Samen mehr beziehen konnten, die nicht die GVO für sich war. Wir haben dann versucht, mit dieser Situation umzugehen und haben mit der Forschung angefangen, mit dem Fibel zusammen. Das GVO-Saatgut war am Anfang sehr erfolgreich. Man konnte tatsächlich bis zu 30% Pestizide einsparen. können. Man hat höhere Erträge erzielt, dass es eigentlich am Anfang eine Erfolgsstory gewesen ist. Und jetzt ist es aber so, dass die letzten drei, vier Jahre die Resistenzen auftreten, dass der Kapselbohrer trotzdem noch die Pflanzen befallen kann. Und als ganz großes Problem ist aufgetreten, dass neue Krankheiten und vor allem Schädlinge aufgetreten sind. Wir haben mit den ersten Arbeiten 2012 angefangen und bilden eigentlich seitdem die Landwirte aus. Wir möchten, dass die Landwirte selber anfangen zu züchten. Und da sind wir jetzt im sechsten Jahr und jetzt ist eigentlich so, dass das Saatgutproblem gelöst ist. Also die Anbauorganisationen, die mit uns zusammenarbeiten, die haben gentechnisch freies Saatgut. Also ich habe schon gewusst, dass Fibel internationalen Namen hat und auch die Zusammenarbeit international funktioniert. Aber dass sie sich im Baumwoll-Projekt engagiert, das habe ich nicht gewusst. Das finde ich super. Der Vorteil, den Bio den Bauern bringt, ist vor allem, dass sie sich nicht mehr vergiften für uns, dass sie nicht die Pestizide ausbringen müssen. Es können auch Frauen, sind interessanterweise in diesen Sektor hineingestiegen. Vorher ist das für die Frauen ein No-Go gewesen, um dort mitzuarbeiten, weil sie nahe an den Kindern, nahe am Haushalt, am Kochen und haben dann die Pestizide in die Familie hineinträgt. Ich liebe Baumwolle über alles. Es ist eigentlich für mich das verträglichste Material, das es überhaupt gibt. Also von dem her gesehen, ist mir das schon wichtig, dass da etwas geht in Richtung Bio. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.